Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. Skolschön, Mittelschweden, minus 20 Grad. Endlich ein selbstbestimmtes Leben führen. Familie Rotzler übernimmt eine Ferienanlage in Schweden. Ein arbeitsreicher Sommer mit viel Aufräumarbeiten beginnt. Tochter Fiona wird eingeschult. Und auch das Restaurant nimmt immer mehr Form an. Schräg. Willst du den Ski so hinkommen? Nein, den anderen Weg. Wie aus einem Hollywood-Film ist das riesige Mansion von Barbara Hasenböhler und Thomas Rangel. In knochenharter Arbeit bauen sie es in ein exklusives Gästhaus um. Doch am Tag vor der Eröffnung fehlen noch immer die Möbel für die Gästezimmer. Und es gibt ein Problem mit dem warmen Wasser. These units, it's not gonna work. Come on. Müssen ihre Gäste nun kalt duschen? Warum, um alles in der Welt, tun wir uns das hier eigentlich wirklich an? Ist es das wirklich wert? Kaum sind Anita, Thomi und Alain Agatha nach Griechenland ausgewandert, vernichtet ein Waldbrand ihre neue Existenz. Die beiden finden samt Tieren Unterschlupf in einer kleinen Wohnung. Mit Hochdruck beginnen sie mit dem Wiederaufbau, legen Teiche für ihre Schildkröten an. Und sie empfangen eine erste Reisegruppe. Noch müssen sie diese fremdplatzieren. Die Exkursion in die wilde Natur aber ist ein Erfolg. Auf den Winter hin ist die Familie Rotzler in die Wohnung über dem Restaurant gezogen. Bin er müde? Lian auch, so wie ich mich sehe. So sind die Rotzlers näher am Geschehen. Und ein Gebäude weniger muss beheizt werden. Jetzt halbwach. Sabrina hat Kians älteste Schwester Fiona bereits zum Schulbus gebracht. Nun sind er und Liana an der Reihe. Sie gehen jetzt in die Vorschule. Also in die Vorschule. Einerseits ist es für die Sprache wichtig, dass sie Schwedisch reden. Und andererseits auch hier oben hast du nicht viele Kinder. V.a. keine Kinder in seinem Alter. Oh, ein Socken. Laufst du schnell? Zur First Cola sind es 25 Minuten. Zweimal hin und her sind für die Mama 100 Kilometer Fahrt. So, helf. Papa Jonas bereitet die Langlaufpisten vor. Die Region Helsingland ist beliebt unter den Langläufern. Drei Läuben führen durch Rotzlers Gelände. Es geht ums Überleben. Wir leben von all diesen Sachen. Ich kann es nicht sagen, wir leben von den Skispauren. Aber wir brauchen die Skispauren, um Leute ins Restaurant zu bringen. Und das Restaurant brauchen wir, um die Leute ins Hotel zu bringen. Und das Hotel brauchen wir, um den Leuten Aktivitäten zu verkaufen. Und all das am Schluss brauchen wir, um überleben zu können. Und wir leben in dem Sinne vom Wald. Das ist die Attraktion, die wir hier haben. Das ist eigentlich die Natur. Und wir sind jetzt im Moment, also wir sind seit einem halben Jahr da. Seit Ende August ist das Restaurant offen. Wir haben ein paar Hotelübernachtungen. Wir konnten schon Aktivitäten verkaufen. Das Foto von Laufen leben können wir noch nicht davon. Aber wenn wir alles richtig machen, schaffen wir es jetzt vielleicht in der nächsten Wintersaison, damit wir sagen können, jetzt können wir davon leben. Rotzlers wollen die lokale Bevölkerung zurückgewinnen. Während der letzten Jahre hatte die Ferienanlage ein Schattendasein geführt. Langsam und stetig nun erwacht Skolscher Garden aus einem tiefen Dornröschenschlaf. Welchen Namen wir haben? Gell. Sind die Kinder einmal versorgt, renovieren die Eltern Hotelzimmer. Baustelle. Sie sind begabte Handwerker, haben neue Böden gelegt und frisch tapeziert. Die Möbel sind ein Mix aus altem und neu gekauftem. Dass wir etwas Neues brauchen, das war ich, der sagte, Jonas hat einfach irgendeinen alten, hässlichen Stuhl genommen. Aber ich finde, ich finde, jetzt kannst du nicht das Zimmer neu machen, dann hast du so einen richtigen ... ... wie ein Pünzli-Stuhl im Zimmer. Zimmer für Zimmer soll ihre Handschrift bekommen. Okay. Das sieht anders aus. Heller? Ich finde es gut das Licht. Ich finde es hell. Ja, es ist gut das Licht. Ja, aber es ist cool. Es ist Spätsommer in Griechenland. Seit einigen Wochen leben unsere Auswanderer wieder auf ihrem Grundstück. Eingerichtet haben sich Anita und Alain vorläufig in der ehemaligen Garage. Wie früher in der Stube im Emmental. Gleich neben ihren Tieren, den Giftschlangen und Schildkröten. Die Küche und das Bad sind draussen im sog. Sanitärhäuschen. Der wichtigste Grund dafür, dass wir sie hier raufgezogen sind, ist, dass wir alles miteinander haben. Auch in Gier miteinander. Dass wir morgen, wenn wir aufstehen, auch schon hier sind, können wir arbeiten. Und es ist ein wunderbarer Ort zum Leben. Trotz aller Schwierigkeiten. Für die Berner war immer klar, sie wollen bleiben. Der Wiederaufbau ihres Hauses kann beginnen. Bald werden Arbeiter die Aussenwände hochziehen. Darum zeichnen wir jetzt den Boden alles an. Dann ist es für uns einfacher zu kontrollieren. Dann kann man schauen, ob sie dort gemudert sind, wo angezeichnet ist. Der Brand hat ein riesiges Loch in ihr Budget gerissen. Für die Subventionen haben wir eine mündliche Zusage von unserem Architekt. Aber wie die Erfahrung so gezeigt hat, und wir haben mit vielen Leuten, die schon länger in Griechenland sind und auch Griechen selber geredet, und man weiss es eigentlich erst definitiv, wenn es zur Auszahlung kommt. Vorher weiss man es nicht. Wir haben es nicht. Wir haben es nicht. Wir haben es nicht. Ob es einen Zustupf für ihr Wohnhaus gibt, ist also komplett offen. Aber Zuschuss oder nicht, es wird ein einfaches und bescheidenes Daheim werden. Die Wangen lassen wir weg. Mhm. Damit wir hier den ganzen Wohnraum haben. Ein Schlafzimmer, ein bisschen breiter. Gleichzeitig treiben sie ihr Projekt «Ferien für Reptilienfreunde» voran. Schliesslich soll das ihre Lebensgrundlage werden. Die Idee war ursprünglich mal, weil wir gemerkt haben, dass es länger dauert mit unserem Haus, dass wir das Projekt «Ferienhäuser» schon pushen. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass wir dann alles zusammen haben. Dass wir hier oben noch einen Innenausbau machen, und dass wir unter dem Gelände schon die Ferienhäuser anfangen. Wir denken, es gibt einen strengen Winter für uns. Ferienhäuschen. Wohnhaus. Priorität haben und hatten immer die Aussenanlagen für die Reptilien. Und die sind schon bald bezugsbereit. In Kanada hat das lange Warten ein Ende. So, guten Morgen, Sir. Hi. Hi. I'm Thomas. Ja, Tim. Während eines Monats war der Container mit Möbeln im Hafen von Halifax blockiert. Nun, exakt 36 Stunden vor Ankunft der ersten Gäste, ist er da. Also, zumindest sehen die Verpackungen einigermassen unbeschädigt aus. Tina, komm. Ginny, komm her. Can you tell me why I have such a stupid dog? Sofas, Betten, Tische, Fotois, Stühle und mehr. Die Möbel hat Barbara entworfen und den China aus massivem Eschenholz herstellen lassen. So. Go inside. Coffee is already ready. Croissons of our chocolate is ready. Thank you. 10.000? Wie. Das ist im Moment ziemlich unübersichtlich. Das ist aber auf der einen Seite schön. Auf der anderen Seite beginnt die Show jetzt eigentlich ja wirklich erst. Die haben sich so viel Mühe gegeben beim Einpacken. Das ist wirklich mühsam jetzt für uns. Aber natürlich für die Möbel super. Bis jetzt hat es nichts, nicht mal einen Kratzer. Und das ist natürlich genial. Priorität hat Suite Nr. 8. Die Lurie ist nicht so gut. Denn Gloria Lurie von der kanadischen Tourismusbehörde hat sich angekündigt. Sie will mit Ehemann und Sohn drei Nächte im Gästhaus verbringen. Ihre Meinung hat Gewicht. Es muss einfach alles stimmen. Die Gefahr zumindest, dass die Luries kalt duschen müssen, ist gebannt. Statt des Durchlauferhitzers organisierten die Arbeiter einen klassischen Wasserboiler. Und der? Passt glücklicherweise perfekt in die Öffnung. No, that's the back. Unter Druck zeigt sich einmal mehr Barbaras unermüdlicher Kampfgeist. Was soll das zweites von denen sein? Ich gebe einfach nicht auf. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn man jetzt nochmal vier, fünf Stunden wirklich intensiv dahinter geht, sind wir sicher nicht fertig. Das darf nicht. Aber wir müssen ja auch nicht alle Zimmer fertig haben. There are two others so much. You don't feel like right. So viele Decks haben wir doch gar nicht. Eight outside tables. Ja, für oben und da. Aha. Okay. But do you want to put them already on the decks there? Ja, aber wir können es nicht da in die acht einfach hinschmeissen. Das sieht ja so aus wie ... Ich wollte nur, dass du nicht noch mehr rumtragen musst. Ja, ja, schon klar. Same place. Is there still space? Ja. At least it's cool. Möbel müssen aus dem Weg geräumt und ein weiteres Zimmer vorbereitet werden. Ein Gästepaar hat das Turmzimmer gebucht. Es will bei Barbara und Thomas goldene Hochzeit feiern. Ja, das ist gut. Wenn alle so optimistisch sind, wie könnte ich da anderer Mann sein? Das wäre ja auch ganz schlecht. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Rotzlers älteste Tochter Fiona hat am frühen Nachmittag Schulschluss. Fiona hat sich sehr gut eingelebt. Sie ist total angekommen. Und dass sich jetzt alle drei wirklich wohl und zu Hause fühlen, das ist super. Bald schon beginnt es zu dämmern, obwohl es erst drei Uhr ist. Fiona, kommst du alleine raus? Ah! Danke, hey du! Ich dachte, du hast den Skihazug an. Schau, ich habe die Skihose an, wenn wir noch eine Schneefigur bellen. Der Kian würde gerne eine Schneekuh bauen. Mit den Kindern im Schneetummeln, unter der Woche, mitten am Tag. Das hätte Jonas in der Schweiz kaum gekonnt. Tue doch einfach schiessen. Du triffst mich eh nicht. Ah, du bist viel näher gekommen, hey. Wir haben das Gefühl, dass Kinder das so bekommen haben, was gut ist für sie. Wir haben in der Schweiz das gemerkt, dass sie gerne in der Natur sind. Und das haben sie da. Ah! Der Traum von mehr Zeit mit der Familie ist aufgegangen. Wir sind viel mehr zusammen. Ja. Wir haben die Stunden, in denen wir als Familie zusammen sind. Wir haben das Geschäft, das jetzt kommt, das beginnt zu laufen. Mit dem Umzug in die Wohnung haben wir quasi das Zuhause, das wir jetzt schon aufgebaut sind. Für mich fühlt es sich richtig an. Weisst du, was könnt ihr machen? Zum Pisten machen. Oben hinlegen und einmal runter ruggeln. Am gleichen Ort leben und arbeiten. Das war Rotzlers Ziel. Das ist das perfekte Pistenfahrzeug. Gleichwohl, auch hier muss alles organisiert sein. Das perfekte Pistenfahrzeug. Du musst nachher noch mal, wenn du jetzt nebeneinander gehst. Du kannst nicht das Restaurant offen haben und drei Kinder nebenbei haben. Und beide im Restaurant arbeiten. Das Restaurant ist ein riesiger Krampf. Und das Ziel ist, dass die Mitarbeiter etwas mehr übernehmen und wir uns etwas mehr aufs Hotel konzentrieren können. Wenn du die Hütte voll hast mit Leuten, die Mittagessen wollen, dann brauchst du einfach Leute, die helfen. So. Oh, mein Foto hat fast keinen Platz da drauf, aber ist okay. Wir schaffen es. Juhu! Okay. Nun wollen die Schweizer die Werbetrommel rühren. Die Bewohner von Helsingland sollen wissen, der Skorsche Gordon ist zurück. Für morgen haben sie einen Weihnachtsmarkt samt Samichlaus organisiert. Wie viele kommen werden, ist offen, aber jedes Kind soll einen Samichlaus-Sack bekommen. Schau zusammen noch Mandarinen. Emma hat gesagt, wenn es etwas gratis gibt, haben wir viele. Ich glaube, es hat im Lagerhaus noch ... Wenn wir zu wenig haben, holen wir einfach noch Apfel. Dann ist lieber am Schluss 20 übrig. Wenn du 140 Sekle verteilen hast ... Ja, aber ich rechne lieber mit 140 Kindern. Wir haben schon zwei Schulklassen, die verkaufen können. Ich habe lieber zu viel als zu wenig. Ja, ja. Das Wetter hat sich zur Eröffnung ihres Guesthauses, des 45 Steps In, herausgeputzt. Für die Gastroprofis war es eine kurze Nacht. Und noch immer sind die Zimmer nicht bereit. Barbara hat zusätzliche Hilfe geholt. Der gestrige Tag hat wirklich allen sehr genackt. Ähm ... So viele Möbel, die man musste schleppen und einräumen und umräumen. Aber es ist nur so. Und ja, jetzt müssen wir halt schauen, was wir alles schaffen oder eben halt nicht schaffen. Hey, Kana! Focus again on eight. There is, I think, still a plastic on the mattress, if I'm not completely wrong. This can be taken away, et cetera. Die Suite Nr. 8. Thomas, der Perfektionist, nimmt sich auch den kleinen Details an. Denn bald schon wird Gloria von der kanadischen Tourismusbehörde anreisen. So, die alles entscheidende Faktor hier. Um Gäste zu übergeistern ist mit Sicherheit mindestens eins von diesen hier. Auf den letzten Drücker geschafft. Oh ja, der muss bei dem. Ach, scheisse. Das ist noch nicht schön, super. Aber mit dem müssen sie jetzt halt gleich leben. Hello! I hope you had a nice trip. Yeah, you certainly did. We're still kind of in renovation. But your room is fantastic. We just finished it. Alright. This is so beautiful. You got a nice spot here. Well, yes, we're kind of getting there. Would you like to have something to drink? I guess so, right? Yes? Yes? You got a nice spot here. You got a nice spot here. Und das ist eigentlich eine vernünftige Behandlung und ist eigentlich eine Person. Wer immer es auch ist. Barbara, die Frau, die am liebsten am Herd steht, kann nun Gäste bekochen. Das ist halbwegs gut. Auch das Turmzimmer ist nun für die Jubilare bereit. Fällt sich zumindest wunderschön an. Gäste in einem eigenen Gästhaus verwöhnen zu können, dafür sind Barbara und Thomas ausgewandert. Für die Eltern gibt es Lachs. Some chicken for you? Thank you. You're welcome. Thank you for waiting for the chicken for now. That's very nice. More than welcome. Bonne coordination. Merci. Endlich ist es offen, ihr 45 Steps In. Thank you very much. Glücklich, aber erschöpft. Super gemacht, soweit. Haben wir gut gemacht. We're getting there. Diesen einzigartigen Moment auszukosten, dafür bleibt kaum Zeit. Das Paar, das zur Feier ihres 50. Hochzeitstages Barbaras und Thomas' Gästhaus ausgewählt hat, ist auch schon da. Nicht oft, aber immer wieder zeigen sich Karettschildkröten an der Mole von Koroni. Bald sind an der Südspitze des Peloponnes die warmen Tage vorbei. Zehn Autominuten vom Städtchen entfernt leben die Auswanderer vom Emmental. Sie haben strenge Monate hinter sich. Noch bevor sie mit dem Wiederaufbau ihres Wohnhauses begonnen haben, hatten sie mit Arbeitern die Freilandanlagen für die Schildkröten gebaut. Die Teiche hat Nikos ausbetoniert. Und Nikos hat sich bewährt. Er wird auch weitere Betonarbeiten für die Berner übernehmen. Ja, wir sind von Panzers bis Pilators für irgendjemanden, der den Teich machen könnte. Die meisten haben die Hänge verloren. Irgendjemand ist gekommen und hat gesagt, ich würde 20'000 für 20'000 Euro. Und wir sind selber genug. Das ist der Schweizer Tarif. Und dann hat er, was ich gesagt habe, ich kenne einen. Und dann kam er, wie jetzt. Und etwa dreimal so lange ging er rum, den Meter gestreckt und hat er die Zahl rausgebreitet. Und das war viel preiswertig wie alles andere. Und es ist ... Es ist nicht ganz so, wie wir es wollen, aber es ist gut, wir können es brauchen. Das ist die Hauptsache. Die Teiche sind für Nikos eine Herzensangelegenheit. Seine ganze Familie liebt Reptilien. Look at next. My daughter turkeys. Yeah, she does. And frogs, but okay. We have, we have. There's a big one in there. Wait, I'll open for you. Bald wird auch die Kröte das enge Provisorium verlassen können. Ah, yeah, yeah, yeah. We like very much frogs. In the pond back there, we have about 20 or 30 frogs. Oh, yeah. Wanna have a look? Yes, yes, go. Let's go, yes. Let's go. Das ist ein Schock, sehr. Nikos Teiche locken sogar einheimische Tiere an. Ohne ihre Tiere wären die Emmentaler niemals ausgewandert. Mehr noch, hier können sie ihnen bald einen artgerechten Lebensraum bieten. Geht es um die Tiere, ziehen Anita und Anna immer am gleichen Strick. Ja, das Detail. Das Detail mache ich schon gerne selber. Oder ich habe mehr Geduld für das Detail. Oder alle gekrabte Löcher und so. Das ist eine Weltklasse. Ja, das ist so. Du bist die kleine, die kleine Bananen gegen hinten. Du bist so gut. Merci. Du siehst, es ist nämlich tief genug, wenn man dann noch härter öffnet. Ja, jetzt ist auch noch einmal x cm ausgeboten. Du bist mein Held. Ich denke, ihnen gefällt es hier. Das ist das Klima und alles. Die Grossen sind sehr zufrieden. Sie sind auch viel aktiv, sind unterwegs. Ich denke, das ist gut. Das Frühstücksbuffet ist angerichtet. Das Brot ist hausgebacken, die Konfitüre selbst gemacht. Dabei ist heute Barbaras 46. Geburtstag. Doch ihre ganze Aufmerksamkeit gilt den Gästen. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist wirklich ein Jahr. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist das Bett ein guter? Das ist gut. Wir sind dort und sehen, dass der Sonne kommt. Das ist so schön. Das ist fantastisch. Dann haben wir einen schönen Tag. Die Jubilare sind begeistert. Look, I'm so sorry. The real ones have not arrived. But I hope you can ... These look very real. No, but you know what. They are still brand new. Perfekt. Und auch die Tourismusfrau scheint beste Laune zu haben. Nun, da alle ausgeflogen sind, können die Auswanderer auf Barbaras Geburtstag anstossen. Wir sind definitiv angekommen. Und ich glaube, wir haben mehr erlebt wahrscheinlich im letzten Jahr als viele Kanadier in vier oder fünf Jahren. Einfach dadurch, dass es so ein dicht gedrängtes Programm war, von angekommen, einziehen, ausziehen, umziehen ... Umbau. Umbau, 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 Umbau. Einrichten, verwerfen, neu machen. Genau. Das muss eine gute Geschichte werden hier. Sonst ... Hast du ihn jetzt? Richtig. Das muss man ja klar sagen, wir haben viel riskiert. Also ... Alles, was wir haben, haben wir eigentlich aufgegeben? Ja. Also von Pensionskassengeldern über Wohnungen, über alles? In irgendeiner Form sehen wir das jetzt hier vor und um uns. Und ja, können einfach ... Nur hoffen, dass viele andere Leute uns besuchen kommen und das gut finden. Genauso viel Freude haben wie wir an dem ... ... wirklich tollen Projekt, das muss man ja schon sagen. Also das Ergebnis ist super. Der Weg dahin war etwas schmerzvoll. Oder ist er zum Teil auch noch. Also. Salute, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Die Zeit ist knapp. Ein weiteres Gästepaar hat sich angekündigt. Darf ich noch ab? Ja. Hey, this is Barbara speaking. Uh, no, sorry, we don't have any room available tonight. You're welcome. Bye. Nun endlich dürfen Barbara und Thomas Gastgeber sein. Ihre ersten Gäste machen einen glücklichen Eindruck. Cheers. Thank you. Das 45 Steps In. Die Chancen stehen gut, dass es Barbara und Thomas zum Laufen bringen. An Tatkraft und Liebe dafür fehlt es bestimmt nicht. Rutzlers sind Besitzer von 20 schwedischen Häuschen. Im Haus Logen findet heute ihr Weihnachtsmarkt statt. Acht Standbetreiber haben sich angemeldet. Sie bieten regionale Produkte und Handgemachtes an. In Schweden ist Facebook unglaublich stark. Sie machen eigentlich noch alles mit Facebook. Und wir haben jetzt eigentlich praktisch nur Social-Media-Werbung gemacht. Im Supermarkt zwei, drei Plakate ausgehängt. Und eigentlich mehr nicht. Und der Rest ist dann halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Im Restaurant stellen sie ein Yuleboard auf. Ein klassisch schwedisches Weihnachtsbuffet. Für die Küche hat Sabrina mittlerweile Frauen aus dem Dorf angestellt. I wear the yellow vest and then I'm the official. Okay, I do it. Okay, you need this one instead. That's a very good one. Yeah. But I have a big head. Yeah, no problem. I think it's big. You don't see anything with it. Yeah! That is the one. Yay! Okay for you. Did you speak of the Swedish? Yeah. The last two weeks we have, it's crazy. We had many Juleboard or things like that. It was great. But it was a lot of work too. Hey Victoria! Hey Marty. It's hot. Ja, wir haben gute Kleidung, so ist es okay. Der Anlass läuft gut an. Der Parkplatz füllt sich nach und nach und mit ihm auch das Restaurant. Immer bei der Mama die Kleinsten. Liana und Kian. Für Manga? Reist du Pan oder ... Okay. Willst du auch Quito? Du kannst da Grötz, wenn du willst. Grötz ist Milchreis mit Zucker und Zimt. Auch Schinkenbrötchen gehören zum traditionellen Weihnachtsbuffet. Bald schon ist der Milchreis aus. Die vielen Besucher stärken Sabrinas Hoffnung, künftig vom Scorchelgorden leben zu können. Mama! Was ist? Wir wollen damit nicht reich werden. Wir wollen einfach selbsttragend sein. Wir wollen hier ein gutes Leben haben. Aber unser Ziel ist definitiv nicht, wir wollen nicht reich werden. Wir wollen nicht ein neues Haus bauen. Uns reicht die Wohnung, die wir hier haben. Wir brauchen nicht mehr. Wir wollen nicht mehr. Ja, jetzt Rother. Ne, dann klar. Nicht mehr rein. Nicht mehr rein? Oh warm. Warm. So. Bra? So viele Gäste haben die Rotzlers nicht erwartet. Auch der Chef vom Platz muss ran. Man hat mir gesagt, ich soll doch schauen, ob es noch mehr Paarplätze gibt. Ich schaue mal, ob ich den Schnee noch wegkriege. Das Meer, die Sonne, mehr Zeit für ihre Tiere oder ganz einfach, für das Leben schlechthin zu haben. Dafür haben Aneta und Alain das Emmental vor über einem Jahr verlassen. Doch noch viel zu selten machen sie einen Ausflug an den Strand. Ich bin wirklich ganz, ganz gerne hier und habe es keine Sekunde bereut, dass wir diesen Schreck gemacht haben, auch wenn er holprig war. Das mit einem Brand, das ist jetzt einfach so, aber das hat ja eigentlich nichts mit allem anderen zu tun. Das hätte in der Schweiz auch passieren können. Also, ich bin da schon angekommen, ja, das ist schön, das ist gut. Mittlerweile hat man noch Bekanntschaften, noch Beziehungen. Jetzt hat man nur Leute, die man kennt und bewegt sich. Das gefällt mir. Ja, ich bin immer noch immer noch überglücklich, was mit dir zu machen. Ja. Dann bin ich auch einfach so. Ja. Ja. Du Klotz. Was? Ja. 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 Wir haben schon viel gekehrt im Winter, aber da sind wir auch sehr aufeinander oben gehockt. Es war einfach Zeit, weil es sich nicht bewegt hat und dann bin ich grundsätzlich unzufrieden. Ja. Wenn man nur zwei ist, ist natürlich klar, wer das abbekommt. Ja. Irgendwann gibt es sie halt zurück. Ja. 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 Wo haben wir befindet sich just nu? Will die gå und letta efter honom? Wie mag die? Ja. 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 Ja, du warte. Ja. Ja, du warte. Ja. Hey. 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 Das Gaudi des Tages ist die Suche nach dem Samichlaus. Er hält sich in einem der vielen Häuschen auf Skorche Gordon versteckt. Ah. Ja. Ja. Wie viele Leute hat es mit Santichlaus und so? Weil wir haben keine Milch mehr. Ähm. Sollen wir noch mal drei machen? Weil der ist bald fertig. Wie viele Leute hat es irgendwo überhaupt? Ja, es sind schon recht viele Leute da rumlaufen. Und dann machen wir einfach nur noch Schinkenbrot. Und was wir haben. Und irgendeine Suppe können wir noch machen. Genau. Okay. Gut. Also prima. Ciao, ciao. Das Restaurant brummt. Sabrina muss sich ad hoc ein Menü ausdenken. So, jetzt müssen wir laufen. Mami hat viel zu tun im Restaurant. Jetzt haben sie bald keine Jülgröte mehr. Uh. So viele Leute sind essen. Es ist ... 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 Es ist Tomtenhäuschen. Ja? Komm, Mama. Er ist Tomtentröt. Tom, Tomten, Aldi Tröt. Ja. Das darfst du nachher. Das ist Dienz. Komm, Dienz. Auch der Schinken ist heiß begehrt. Ja. Kannst du nicht mehr nachher mit auffüllen. Doch wird es sich auch rechnen? Ja. Rekord-Ausatz. Also 55 komplett Mittagessen und 29 halb. Über ... Über 8'600 Kronen-Ausatz. Rekord. Ja. Andy, hörst du mir über Melanda-Lena? Yes, I heard that also. Ja. So we make a good concept. Ja. Es ist richtig, richtig cool, wenn es so voll ist. Und es darf jedes Wochenende so sein. Wir brauchen dann definitiv nochmals einen Mitarbeiter mehr. Nein, nein. Aber das ist cool. Es ist megatoll. Denn das ist jetzt ein lokales Geschäft. Und das ist immer das, was wir den grössten Respekt hatten. Wie kriegen wir die Einheimischen dazu, zu uns zu kommen? Und wir hatten so viele Leute, die das jetzt alles gesehen haben, die jetzt geschnallt haben. Hey, okay. Das Kulje Gorbl ist zurück. Ja. Wir müssen dann auch schauen, wie wir es privat machen müssen. Ähm ... Wir kriegen nächstes Jahr nochmals Nachwuchs. Und ähm ... Dann wird ich im Moment ausfallen. Und dann werden wir das auch noch schauen. Sicher nochmals ein, zwei Mitarbeiter brauchen. Also der Traum ist wirklich ... Wie soll ich sagen? Der Traum ist aufgegangen. Wir fühlen uns wohl. Wir wollen nicht mehr zurück. Ja? Was willst du mehr? Das Baby. Das Baby. Es wird ein Midsommarkind. Was ist? Ich habe wieder zu lange geschnurrt. Und es wird ein Mädchen. Die Rutzlers haben die Gabe, das Leben zu nehmen, wie es kommt. Und das Schönste daraus zu machen. Auch in Griechenland wird gefeiert. Hallo, hallo. 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 Die Schweizer weihen heute die Teiche ein. Hallo. Alle, die beim Bau mitgeholfen haben, sind zum Fest geladen. Hallo. Und es gibt keine Blumen für die Gastgeberin, sondern Pflanzen für die Schildkröten. Bitte schön. Danke. 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 Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Yorgos, ihr Makler und Troubleshooter, ist mit Frau und Tochter da. Felones. Vielen Dank. Jung und alt sind fasziniert. Viel Platz und ein warmes mediterranes Klima. Die Schweizer haben einen idealen Lebensraum für ihre Schildkröten geschaffen. Miljof. Frechster. Eingeschossen. Sechs Monate später als gedacht können nun die Wasserschildkröten endlich raus aus den Provisorien. Für Alain und Anita ein Höhepunkt der Auswanderung. Als erstes dürfen die Scharnierschildkröten raus. So. Und los. Ab ins nasse Vergnügen. Hopp. Eine Gelbwangenschildkröte ist als nächstes dran. Weibchen. Das ist ein Weibchen. Hoppla. So. Dann eine kleine Landkartenschildkröte. Gut halten. Schön ist es. Endlich können sie ins Wasser. Ich kann gar nicht so viel sagen, weil es mich gerade so glücklich macht. Sprachlos vor lauter Glück. Die Berner hatten einen ungemein schwierigen Start in ihr neues Leben, haben aber nie aufgegeben. Hoffentlich bleibt ihnen das Glück treu. Selten verläuft eine Auswanderung so wie geplant. Doch nur wer es wagt, hat die Chance auf die Erfüllung eines grossen Traumes. Wagen auch Sie den Schritt? Melden Sie sich unter www.auswandern-at-srf.ch Auf und davon mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.